Hallo und herzlich willkommen bei Carpe Diem. Mein Name ist Marcel Clementi und es freut mich voll, dass wir heute gemeinsam Yoga machen. Heute ein ganz entspannter Flow, eine ganz gemütliche Morgenroutine mit Fokus auf die Wirbelsäule und auch auf die Hüften und dafür starten wir ganz entspannt, entweder in einem Fersensitz, wenn es für die angenehm ist oder du kannst auch gerne in die Charles-Pose kommen. Das heißt, wir legen die Stirn auf der Matte ab, die Arme nach hinten und dann nimm dir da fünf Atemzüge Zeit, um auf deiner Matte anzukommen. Atme tief durch die Nase bis in den Bauch. Mit der Ausatmung entspann deine Schultern, dein Geseh. Ein letztes Mal tief einatmen. Gerne durch den Mund aus. Von der Charles-Pose komm langsam wieder hoch in eine knierende Position, verschränkt die Finger aneinander und wir greisen ganz kurz mit den Handgelenken, um die Handgelenke vorzubereiten. Und dann ausschütteln. Sehr gut. Von da öffne mal die Beine, nach links und rechts zu den Seiten deiner Matte. Die großen Zehen hinten berühren sich, kipp das Becken nach hinten und wandern mit den Händen weit nach vorne. Die Unterarme bleiben dabei in der Luft, die Arme sind durchgestreckt und dann spürst du vielleicht eine Öffnung in deinen Brustmuskeln, den Pectoralis und auch in der Hüfte. Das heißt, wir schieben den Hintern nach hinten hoch. Bleiben mit den Armen aber vorne. Dann noch ein tiefer Atemzug. Sehr gut. Komm langsam wieder hoch auf alle vier. Die Arme schulterbreit, die Beine hüftbreit, die Finger gespreizt und dann gerade ein paar Runden Katze-Kuh für die Wirbelsäule. Das heißt, einatmen, Becken kippen, Brust heben, Blick nach oben. Ausatmen, Kinn zur Brust, runder Rücken, streck die Arme durch. Wieder einatmen, Becken kippen, Brust heben, Blick nach oben. Ausatmen, Kinn zur Brust, runder Rücken. Das ist gerade nur zwei, dreimal in deinem Tempo. Ein letztes Mal tief einatmen. Und vollständig ausatmen. Sehr gut. Von da, neutraler Rücken und dann steigt mit dem rechten Bein nach vorne. Ungefähr, dass das Knie über dem Fußgelenk platziert ist. Mit der Einatmung gehen die Arme hoch und mit der Ausatmung schiebt die Hüfte nach unten und vor. In diesen Low Lunge. Achte bitte darauf, dass das Knie nicht zu weit über die Zinnspitzen drüber geht. Du merkst es auch immer ganz gut, wenn die Ferse in die Luft geht, dann ist es zu weit. Das heißt, einfach nach unten und vor schieben. Sollte das unangenehm sein, im linken Knie kannst du jederzeit auch die Matte rollen. Dann ist es ein bisschen weicher für dein Knie. Mit der Einatmung streck die Arme weiter nach oben. Mit der Ausatmung schiebt die Hüfte noch ein bisschen weiter nach unten und vor. Noch ein Atemzug. Sehr gut. Beide Hände gehen auf die Matte, steigt nach hinten und von da legen wir uns ganz langsam, ganz entspannt auf den Bauch. Platzier die Unterarme vor dir, schulterweit voneinander entfernt. Das ist die Sphinx-Pause. Wir können da hinten jetzt mal alles locker lassen, den Hintern, die Beine. Wichtig ist, dass wir den Oberkörper in die Luft ziehen nach oben und dann dehnt es einerseits die Bauchmuskeln und lockert aber auch den unteren Rücken. Schließe gerne mal kurz die Augen. Und da das ja eine Morgenroutine ist. Denk mal an ein Ziel, das du hast für diesen Tag. Eine Sache, die du unbedingt erledigen möchtest, damit du sagen kannst, es war ein erfolgreicher Tag. Dann nochmal tief einatmen. Vollständig ausatmen. Langsam wieder ablegen. Drück dich nach hinten in die Charles-Pause. Diesmal mit den Armen nach vorne. Durchgestreckt. Und dann wandern mit den Händen weit nach links. Die rechte auf die linke Hand. Einatmen zu Kier. Zurück zur Mitte. Und auf die rechte Seite. Linke auf die rechte Hand. Tief einatmen. Gerne durch den Mund aus. Komm wieder zurück zur Mitte. Und dann stell die Zehen auf. Gerne in deinen herabschauenden Hund. Wie du willst. Vielleicht ein bisschen Bewegung in den Beinen, in der Hüfte. Vielleicht die Knie gebeugt lassen. In der Früh sind die Hamstrings, die Oberschenkelrückseiten gerne noch ein bisschen verklebt und verkürzt. So lass gern die Knie gebeugt. Dann noch ein Atemzug. Und dann leg langsam die Knie auf der Matte ab. Wieder in den Vierfüßler. Und steig mit dem linken Bein nach vorne. Auch hier wieder circa Knie über dem Fußgelenk. Mit der Einatmung gehen die Arme hoch. Mit der Ausatmung schiebt die Hüfte nach unten und vor in diesen Low Lunge. Natürlich immer die Option, die Matte zu rollen oder Decke drunter zu legen. Dann ein Arm in die Arme höher. Mit der Ausatmung schiebt die Hüfte nach unten und vor. Sehr gut. Beide Hände gehen jetzt auf die Matte. Hinten den Fuß aufstellen. Das Knie geht in die Luft. Einatmen. Und mit der Ausatmung steigt nach vorne in die Vorbeuge. Versucht die Beine durchgestreckt zu lassen. Außer der Druck ist zu viel in den Knien. Dann lass die Knie gebeugt. Einfach den Oberkörper hängen lassen. Atme hier mal tief ein. Tuch den Mund aus. Beug die Knie. Kinn zur Brust. Mit der Einatmung roll langsam hoch. Wirbel für Wirbel. Sehr gut. Steig jetzt entlang deiner Matte. Der linke Fuß ist parallel zur kürzeren Seite deiner Matte. Der rechte Fuß parallel zur längeren Seite. So, das ist die längere Seite. Das ist die kürzere. Die Hüfte schaut zur längeren Seite deiner Matte. Die Arme in Schulterhöhe. Wir machen jetzt noch einen Side-Stretch. Der Trikonasana-Pose. So, Utita Trikonasana. Mit der Einatmung lehne ich dann nach rechts. Mit der Ausatmung geht die rechte Hand nach unten. Entweder auf Schienbein, Fußgelenk. Oder du könntest jetzt hier einen Yoga-Block verwenden. Geht natürlich auch ohne. Der linke Arm geht rauf zur Decke. Und das Ziel ist hier, die Länge seitlich im Oberkörper. Also nicht das Ziel, die Matte zu berühren. Und dadurch geht die Schulter mit nach vorne. Sondern lieber nicht so weit nach unten greifen. Und dafür bleibt die Schulter in der Höhe von der Hüfte. Beide Beine werden möglichst durchgestreckt. Gerne der Blick hinauf. Außer es ist unangenehm im Nacken. Und dann nimm dir noch drei Atemzüge. Eins. Zwei. Und drei. Beim Ausatmen schön runter zum rechten Fuß. Mit der Einatmung komm langsam wieder hoch. Dreh die Füße auf die andere Seite. So hast du rechter Fuß jetzt parallel zur kürzeren. Linker Fuß parallel zur längeren Seite. So wie auch deine Hüfte. Die Arme in Schulterhöhe mit der Einatmung lehne ich nach links. Mit der Ausatmung geht die linke Hand nach unten und der rechte Arm rauf zur Decke. Versuch die Hüfte hier zur längeren Seite zu öffnen. Und atme so tief wie es geht durch die Nase ein und aus. Noch zwei Atemzüge. Und beim Ausatmen schön runter zum linken Fuß. Mit der Einatmung komm langsam wieder hoch. Und steig nach vorne zum Beginn deiner Matte. Sehr gut. Von da setzen wir uns hin. Also das könnte man jetzt auf verschiedene Varianten machen. Einen breiten Stand und nach unten gehen. Oder vielleicht eine gewisse Pose. Ich würde vorschlagen in der Früh, wir setzen uns einfach ganz gemütlich auf die Matte. Und dann strecke mal die Beine durch. Das rechte Knie winkeln wir jetzt zu uns an. Die Ferse ist nah bei dir am Zentrum. Und das linke Bein geht gerade nach vorne. Dadurch, dass du jetzt das rechte Knie angewinkelt hast, kann es sein, dass sich die Hüfte etwas mitgedreht hat. Das wollen wir nicht. Wir wollen eine neutrale Ausrüstung der Hüfte. In Kombination mit dem Fimur, also mit dem linken Oberschenkel. Das heißt, platziere die Hände auf die Matte. Hebe den Hintern in die Luft. Dreh die Hüfte nach vorne und setze sie ab. Und dann schaut der Bauchnabel, also die Hüfte nach vorne. Bleib aktiv im linken Bein. Den Fuß zu dir entspannen. Mit der Einatmung gehen die Arme hoch. Und mit der Ausatmung greife vor zum linken Fuß. Sollte sich das nicht ausgehen, entweder nur zum Schienbein greifen, zum Oberschenkel oder verwende einen Yoga-Gurt. Mit der Einatmung finde Länge. Und mit der Ausatmung zieh dich da langsam nach vorne. Bleib aktiv im linken Oberschenkel. Lass deine Schultern entspannt. Gesichtszüge weich. Halten für drei. Zwei. Und eins. Mit der Einatmung strechen die Arme durch. Gerade Rücken. Mit der Ausatmung komm langsam wieder hoch. Jetzt macht man da noch gleich die Drehung in derselben Position. Also bleib im rechten Knie gebeugt. Rechte Hand geht hinter den Rücken. Und linke Hand auf den rechten Oberschenkel. Einatmen finde Länge. Mit der Ausatmung beginn zu drehen. Bauch, Brust, Schultern. Blick über die Schulter. Einatmen. Mehr Länge. Ausatmen. Weiter drehen. Und noch ein Atemzug. Einatmen. Blick vor. Ausatmen. Oberkörper drehen. Sehr gut. Andere Seite. Rechtes Bein vor. Linkes Knie beugen. Ferse zu dir. Hintern geht wieder in die Luft. Nach vorne drehen und absetzen. Kontrollier, dass das rechte Bein wirklich gerade nach vorne geht. So nicht nach außen oder nach innen. Nicht nach vorne. Einatmen. Arme hoch. Und ausatmen. Der Griff fort zum Fuß oder zum Schienbein. Mit dem Yoga-Gurt vielleicht. Einatmen. Finde Länge. Ausatmen. Zieh dich nach vorne. Achte darauf, dass der Rücken möglichst gerade bleibt. Mit jedem Mal ausatmen. An Zentimeter oder an Millimeter tiefer. Nach drei. Zwei. Und eins. Einatmen. Streck die Arme durch. Ausatmen. Komm langsam wieder hoch. Sehr gut. Auch da wieder die Drehung. Rechte Hand. Linke ist Knie. Linke Hand hinter den Rücken. Einatmen. Finde Länge. Ausatmen. Drehung. Bauch. Brust. Schultern. Blick über die Schulter. Einatmen. Mehr Länge. Ausatmen. Weiter drehen. Und noch ein Atemzug. Mit der nächsten Einatmung schauen nach vorne. Ausatmen. Oberkörper drehen. Streck die Beine durch. Und lockere sie aus. Rutsch ganz vorne auf die Matte. Die Beine bleiben durchgestreckt. Drück die Fersen fest nach unten. Die Arme überkreuzen wir nach links und rechts. Einatmen. Aufrichten. Mit der Ausatmung langsam nach hinten. Fest den Bauch entspannen. Einatmen. Ich zähle hinunter von fünf. Auf vier. Drei. Zwei. Eins. Und ablegen. Sehr gut. Noch nicht ins Shavasana gehen. Wir machen noch eine Übung. Und zwar noch schnell eine Rückbeuge. Dafür gehen die Hände unter den Rücken. Oder eigentlich unter den Hintern. Die Elbungen nahe zueinander. Die Zehen schauen weg von dir. Mit der Einatmung heb die Brust rauf zur Decke. Schau mal kurz zu den Zehen. Und dann leg den Kopf nach hinten auf der Matte ab. Matsyasana, der Fisch. Gerade um die Vorbeuge kurz auszugleichen. Drück da die Hüfte bzw. die Brust weit nach oben. Letzter Atemzug. Einatmen. Wieder hoch. Blick zu den Zehen. Ausatmen. Auf der Matte ablegen. Jetzt darfst du gerne in Shavasana entspannen. Öffne die Füße zu den Ecken der Matte. Die Arme seitlich. Schließ die Augen. Und genieß hier nochmal fünf Atemzüge. Und dann nutze in deinem Shavasana noch kurz die Zeit. Und denk an eine Sache, die du heute machen kannst, um jemand anderem eine Freude zu machen. Eine nette Nachricht. Ein kleines Geschenk. Eine kleine Aufmerksamkeit. Und dann denk aber auch an eine Sache, die du machen kannst, um dir selber heute eine Freude zu machen. Das kann ein Spaziergang sein. Die Sonne genießen. Leckerer Kaffee oder Nachtisch. Atme nochmal tief ein. Durch den Mund aus. Du kannst natürlich gerne noch etwas länger liegen bleiben. Ich verabschiede mich dabei von dir. Vielen Dank, dass du auch heute wieder mit mir Yoga gemacht hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich wünsche dir einen guten Start in den Tag und ein restliches feines Tagele. Solltest du irgendwann Fragen haben zur Yoga-Praxis, schreib gerne entweder auf Instagram bei KBDM oder schreib mir direkt Marcel-Klementi-Yoga. Ich freue mich immer, mit euch in Kontakt zu treten und hoffe, dass wir uns mal live sehen beim Event. Und bis dahin sehen wir uns online. Pass auf dir auf und alles Liebe. Namaste. Eine Körung. Sehr glücklich. Teufel.